Hallo liebe Leute, hier ist euer Chris und willkommen zu meiner Gewinnspielauflösung von meinem 25.000 Abonnentenspecial. Ihr konntet einen Affen gewinnen, der dann die ganzen Unterschriften der bekannten YouTuber in Deutschland drauf hatte. Und die Aufgabe war auf Facebook, da habe ich dieses Video hier gepostet, dort zu beantworten oder zu sagen, warum ihr den Affen gerne haben würdet. Und der Beitrag mit den meisten Likes hat den Affen dann gewonnen. Es konnte jeder mitmachen und ich dachte eigentlich nicht, dass YouTuber dort mitmachen. Und hier gibt es einen, der auch gewonnen hat, nämlich die jute alte Ahornente. Ja, die hat gewonnen, mein Kollege aus Norddeutschland. Ich glaube Norddeutschland, das hört man glaube ich an deinem Dialekt. Ja, wir kennen uns ja auch schon, wir haben uns ja hier schon ordentlich in Windows Live unterhalten. Und der gute alte Ahornente hat den Affen gewonnen. Ja, ein YouTuber. Und ich dachte wie gesagt nicht, dass sich da YouTuber beteiligen. Wir hatten ja auch unten den Ranz HD. Und oben hat noch ein Basti Sharkour da mitgemacht. Und sehr viele Likes bekommen. Ähm, ja, 527, richtig krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass so viele Leute den Kommentar liken. Ich dachte eigentlich, dass der erste Platz irgendwie mit 20, 50 gibt. Hier ist noch Schrimpfloss, der ist auch ein bekannter YouTuber. Ein ordentlicher. Und, ähm, ich dachte nicht, dass da so viele Leute mitmachen. Ähm, wie gesagt, ich wollte eigentlich den Leuten, die kein YouTube-Kanal haben, etwas Gutes tun. Aber Ahornente hat gewonnen. Und, äh, sein Beitrag war, der Affe wäre perfekt für meine nächste Folge. Rest in Peace. Mein Hund Hans-Peter vergeweigt deinen aufblasbaren Affen. Wem würde das nicht gefallen? Denn, ja, wir sind mal gespannt auf das Video. Oder ich bin auch besser gespannt auf das Video, was den Hund Hans-Peter für dregige Sachen mit diesem Affen anstellt. Und so viel weiß ich, dass ich das nächste Abonnenten-Special mache. Aber da werde ich dann die YouTuber ausschließen. Denn, ähm, man sieht das ja hier. Die meisten haben dann 3, 36 Likes. Und, ähm, ich möchte dann den Leuten auch die Chance geben, dann, äh, zu gewinnen, ähm, ohne große Hilfe von der Internet-Community der Ahornente. Dann schick mir mal fix deine Daten zu. Und ich werde demnächst dir den Affen rausschicken. Und ich hoffe, du, oder besser gesagt, dein Hund, dein Hund, Hund, dein Hund Hans-Peter hat dann viel Spaß mit diesem Affen. Servus, Leute!